Na dann, zur letzten Star Wars Level. Was erwartet mich da jetzt? Ein Schloss! Okay! Was? Habe ich schon falsch gemacht, oder wie? Ja. Hm. Hm. Warte ich schon... Oh nein! Hm. Na gut. Ich muss hier noch das Self-State machen. So, ich vergesse das jedes Mal. So auf ein neues. Ja, das ist es doch. Hm. Oh, wie schnell muss ich denn sein, bitte? Heilige Scheiße. Ach komm. Ach, ich bin zu hoch, das ist das Problem. Man muss die Falke und dann auf die Brücke da drauf kommen, oder wie? Oh, die beiden Dinger gefallen mir überhaupt nicht. Ach, 10 Minuten. Ein 10-Minuten-Sprung. Ja. Ja. Ja, Slow-Tone funktioniert alles denn, ne? Ja. 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 Ich kann den Low-Jump nicht, das ist das Problem. Oh Gott. Ich stelle mich extrem doof an, oder? Ich bin es nicht klar. Ich bin es nicht da. Ich bin es einfach, nicht mehr mit mir. Ich bin es nicht mehr so hoch. Du wirst nicht weg. Ich bin es auch immer so hoch. Und ich bin es wunderschön. Aber wenn sie so hoch ist, will ich es nicht mehr so hoch ist, Nein, hat er auch noch ein Dings reingesetzt. So, wieder normale Geschwindigkeit und ein Pick. Meine Güte, ist das Level. Nein. Nein. Auch die Koopa brauche ich ja, ne? So viel ist das Thema, ich brauche den Koopa noch. Komm, das habe ich doch gerade hingekriegt. Ach komm. Ach komm. Es ist... Ich war doch vorhin noch umgewiesen, ja. Danke. Ja. Schon klar. Was wird sich hier alles verlangt? Tränen, Verzweiflung, Heulerei. Notausbrüche. Ja. Boah. Schnellen Pick machen. Boah. Ich muss genau hier landen. Dann... Oh, das ist... Diese Pixel-Arbeit hier. Was? Wie bitte? Oh. Ich dachte, sie schafft das nie. Wie hab ich mich da rausgebackt, bitte? Ja, ne, ist klar. Natürlich hat er aber noch ein Civil-Coin-Blocker eingesetzt. So, like... Like the boss und... Was ist das? Oh, komm, diese Millimeter-Arbeit da, die Pixel... Ja, natürlich. Da, weil ich noch unsichtbar bin, oder wie? Also, unverwundbar für die kurze Zeit. Komm, Mario, rüber... Oh, du, 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 du... Soll ich da rüberspringen, Mario? Du, du, das machst du von... Das machst du jeden Morgen, wenn du grad aufstehst. So ein Sprung. Nein, ich reg mich nicht auf. Noch nicht. Ja, sag mal, ja, wie viel... Wo würdest du mit Coin-Blocks denn noch, bitte? Es ist... Diese... Millimeter-Arbeit... Und ich krieg keine richtige Geschwindigkeit drauf. Bin ich zu lammst... Ähm... Nein! Diesen... Einverdammten Sprung, bitte. Nein. Auch nicht. Nein. Vielleicht die Drehsprung. Nein. Nichts. Lass r 정확. Lass r Schluss. нять r Schluss. Warte mal. Ja. What the hell? Was ist das? Das ist doch kein Level. Heilige. Hä? Wie soll das denn gehen, bitte? Ich muss erstmal die Discoop-Kupfer aufschalten, irgendwie. Das ist das Erste, was ich machen muss. Ich warte noch eine Runde. So viel Zeit habe ich ja noch. Ich muss an die Discoop-Kupfer ran. Ich muss an die Discoop-Kupfer aufschalten. Das war's doch grad. Das war's doch grad. Was ist das? Die Discoop-Kupfer. Das ist das. Das war's doch grad. Das war's doch grad. Nein Ah, das war das doch gerade Was? Oh Gott, ey Achso, okay Die Schlacht haben mich gewischt Ach, komm Ja, ne, ist klar Ach, komm Oh, Mario Ach Nein, das war doch gerade Das war doch gerade so gut Na gut Ich muss den ja töten, also Mit der Flamme, was jetzt kommt Den töten Man sollte auch versuchen, wieder hochzukommen So Den ersten Teil habe ich schon mal geschafft Alter So Wie mache ich jetzt den zweiten? Vielleicht noch mal kurz eine Runde warten Hm, ich komme ja gar nicht durch Also wenn das wieder von oben noch runterkommt, dann laufe ich dann los Mal ein bisschen zu früh Oh, diese Pixel-Arbeit Ich muss da durch Ich bin zu langsam Ich bin zu langsam wenn ich ein bisschen ruhig bin, aber das ist das Letzte. Aber seh ich was? Eigentlich nicht. So, da ganz tief in der Weisheit. Ach, ich muss mal versuchen da durchzuklitschen, oder wie? Ach, ich muss mal versuchen da durchzuklitschen, oder wie? Ok, hier ist es ja auch. Ja. Hm? Und wuchze dich, Mario! Es ist machbar. Ja, es ist machbar jetzt so. Nur dieses Duken da. Doch, mein, ein wenig Zeit. Oh, Gott. Oh, Mann. Wie gesagt, das, das, warum tuckt der auf einmal? Das, ich, ich. Oh, das war das doch gerade. Nein. Dies. Ich hoffe, Frap sind noch alles drauf, ey. Oh Gott. Das Level ist fies. Meine Güte, es ist... Es ist machbar. Das weiß ich. Oh, es ist doch alles machbar, aber irgendwie duckt Mario sich... Nein, ich fahr doch schon um die Kurve. Das ist die Hölle. Nein, das war doch grad der perfekte Versuchgrad. Ja, mit Slowdown, aber ich will das auch mal irgendwas mit ohne Slowdown schaffen. Aber anders geht's ja nicht. Oh, das war schon ein bisschen zu kurz gewesen. Das ist... Das ist es wirklich ohne Worte. Oh, ich schaff das. Ich schaff das noch. Auch wenn die Zeit dann irgendwann mal abläuft. Oh, ich schaff das noch. Bin so weit gekommen. Ich höre nicht bei den letzten zwei Aufgaben hier auf. Das könnt ihr mal sagen, was ihr wollt. Vielleicht mach ich einen Zweifahrer daraus. Ja, Zweifahrer. Das ist die Hölle, ey. Warum klappt das jetzt nicht? Doch jetzt, ey. Na! Komm, ich will noch Mega Man spielen. Das ist wirklich, I wanna be the guy, so... Ja. Nein! Das ist auch immer so schwer abzuschätzen, ob man hier jetzt schafft, durchzukommen oder nicht. Das ist das Level. Jeder träumt das Level. Und man soll ja nicht bei Castle of Mario nicht verrückt werden, ne? Aber hier kann man richtig... ...noch ausrasten. Aber ich raste nicht aus. Das ist auch nicht meine Art auszurasten. Denn das war doch das grad gewesen schon wieder. Ja, ich weiß. Slow down. Oh, boah. Boah. Vielleicht eine Drehung zu viel Zeit klauen. Aber das ist schwer abzuschätzen, immer. So. Boah, das war doch grad gewesen. Das... Das war grad gut. Das könnte auch gut sein, war's aber nicht. Der ist schlecht. Der war viel zu hoch. Man konnte aber grad noch durchkommen. Das wird bestimmt eine Stunde Part, ey. Ich stell mich so richtig dumm an. Aber das ist mir egal, ob das jetzt eine Stunde Part wird. Oder nur 10 Minuten. Aber 10 Minuten hab ich bestimmt schon überstritten. Bestimmt auch gleich die 30 Minuten oder so. Aber das ist mir egal. Ihr sollt mitleihen. Sieht ihr, was ich meine? Man wird verrückt. Man verfehlt die anderen Leute mitleihen. Oh, komm Mario. Oh, du. Mario, als Klemper musst du in jede Röhre rein. Oder nicht? Schaffst du auch in diese kleine Ecke noch reinzukommen? Es ist Pixel, aber ich schaff... Ich schaff das, rüberzukommen. Ich schaff das noch. Wenn ich rüber schaffe, dann gibt's erst mal... Schön fett... ...und zwei Paar da. Ja. Ja. Aber egal, ob das jetzt 45 Minuten dauert oder so. Das ist dann eigentlich ein bisschen Anker... Ja. Also ja, das war eigentlich alles doch blind gewesen. Also nur weil es ja oben nicht im Text steht, dass es blind ist. Ja. Nur ich hab... Ja, was heißt hier blind? Ich hab einiges Level vorher ein bisschen ausprobiert oder so. Aber sonst... Die ganze... Ähm... Ähm... Die ganze Zellenroth war blind. Also von daher... Äh... Nein... Es ist nicht falsch, was ich mache. Es ist nur diese... Letzte Sprung, der entweder... Zu lang ist... Oder Pixelarbeit... Oder irgendwas in der Art. Und das ist... Schrecklich. Nein, das war... Zu langsam. Oh, ne. Ah, ich fahr durch. Ich fahr durch. Oh. Und ich dachte, das wird einfach. Aber das ist wirklich... Einer der schwierigsten Bosse, was ich jemals... Es ist ja kein Boss, so wirklich. Es ist nur die Bossmusik, die... Als Boss gilt. Aber das ist wirklich noch kein Boss. Das ist vielleicht so ein Bowser-Statour, der Feuer spurt. Und das ist halt nicht schlimm, als Gegner zu haben. Das ist... Das Level... Echt? Schrecklich. Bisher gesagt, dieser Abschnitt ist schrecklich. Nein. Ach, vielleicht mal... Ein bisschen... Mehr Geschwindigkeit. Oh Gott, ist das alles... Doppel- und dreifach schnell. Ne, bleib ich lieber... Wo flamtsam drin. War ich mir ein bisschen sicherer gewesen. Vielleicht soll ich keinen Strehsprung machen, um mehr Zeit rauszuholen. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. So, jetzt... Ja! Es ist... Unglaublich. Ich hab das geschafft. Ich hab Kai so Mario durchgespielt. Es ist... Der erste Teil nur gewesen. Was ist das? Oh, toll! Feder! Yes, thank you for playing. Bla, bla, bla. Da, 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 da. Da, 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 da. Hier muss mich umgehen. Da, ba, da, da. Man kann hier rauskommen, also... Aber manchmal nicht. Wie, ich möchte in das Ziel... Danke. Balabala, bam, bam. Balabam, bam. Ja, was soll ich zu sagen? Kaiser Mario ist eigentlich durch. Also, das ist wirklich eine sehr... ...schwierige... ...Stelle da gerade eben. Ich weiß nicht, wie lange ich da rumgesetzt habe. Bestimmt 20, 30 Minuten. Aber na gut. Ja. Das Level auf jeden Fall 10 von 10. 5 von 10. Ja, 10 ist das. Wow. Wow, Level. 6 von 10. Das war einfach. Das war 4 von 10. Das war ein Level, ja. 9 von 10. Ja, 8 von 10. 10 von 10 brauchen wir nicht zu labern. Das... Diese, ähm... Castle, Bowser Castle. Das hat mich so richtig enttäuscht. Nur eine 3 von 10. Ihr könnt ruhig das... ...eure eigene Meinung dazu... Oh, das Ohrwörter hat sich verändert. Okay. Das schloss... ...ääh... ...Geisterschluss. Hm. 5 von 10. 8 von 10. 4 von 10. Auch 4 von 10. Ach, okay. Hm. Gerber... ...Schwitzpalest 2 von 10. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, dass die Folge jetzt echt extrem lang geworden ist. Aber das war mir egal. Wie ich gleich in den ersten Versuch durch den World of Steel gegangen bin, das war schon... ...keine Ahnung. Bis dahin zum nächsten Projekt. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch Mega Mario noch anfange. Ähm... ...wenn Flaps noch ein bisschen rumkraspert, dann nicht. Ähm... ...ähm... ...jo. Auf jeden Fall, ich freu mich schon auf den nächsten Hack. Und das ist kein Mario, sondern Mega Man. Mega Man 2, nur konnte es hier. Oha. Das ist richtig... Das wird richtig blind und das wird einmal auf Easy Mode und einmal auf Hard Mode gespielt. Bis dahin.